so kamera läuft womit fange ich an hey leute hey meine lieben aber hey kommen wir machen einfach hey ich melde mich aus berlin aus einem kleinen hotelzimmer und das ganze mit mark das ist mark und mit dies das ist und wir starten hier in berlin guckt euch das an einen ventilator an einem handy perfekt wir starten hier mit unserer europa tour und ich wurde gefragt ob ich euch da nicht einfach mitnehmen und ich werde jetzt probieren regelmäßig so alle vier vielleicht auch alle drei tage was hochzuladen ja und heute fängt das ganze an fünfter siebter los geht's und wir gehen uns jetzt einen döner holen schmeckt? ne gut da sind ja schon drei heiße dudes ne? richtig heiße dudes wir stehen jetzt gerade im aufzug wir haben unseren döner gegessen er war er war scharf und ähm und jetzt geht's wieder runter jetzt geht's wirklich in Stadtmitte viel Glück haben coole musik jetzt einfügen wir sind jetzt im sony center und wir haben was gefunden was richtig geil ist seht ihr das? ein riesen minion ein aufblasbarer riesen minion und wir gehen jetzt weiter zum brandenburger tor brandenburger tor yeah man bäh so wie man es vielleicht sieht brandenburger tor ist da ähm voll spektakulär sieht man hier krass ne? und dahinter befindet sich irgendwo der reichstag und da gehen wir jetzt hin voll spannend weiter geht's so wir sind jetzt hier am reichstag und ich habe meiner schwester eins versprochen und zwar habe ich eine goldene ananas dabei und mit der mache ich jetzt an jedem ort auf dieser europa tour ein foto an diesem ort ist es passiert an diesem ort wurde beschlossen dass wir beide theoretisch heiraten dürfen oder wir beide okay du auch es wird Zeit die teilnehmer ein bisschen vorzustellen das ist Thies das kommt jetzt irgendwie sehr plötzlich ja das kommt jetzt sehr plötzlich Thies ist 18 Jahre alt hat sein Abi geschafft und er hat Alpakas zuhause das passt das ist ziemlich cool zusammen ja das ist ziemlich cool und das ist Marc Marc und ich kennen uns seit der ersten Klasse wir sind so gute Freunde wir verhorchen gegensätzlich unsere Sätze sehr schön weiter geht's auf der Suche nach einem Bier was weniger als 6 Euro kostet das ist hier in der Gegend definitiv nicht leicht da hin jo so machen wir und Supermärkte Supermärkte sind hier auch recht selten eigenartig und das ist erst der Anfang das ist erst der Anfang wie das wohl morgen in Prag aussehen wird eine Stunde später und wir hatten immer noch keine Bar gefunden wo es ein Bier günstiger als 3 Euro gibt aber da wir ein Bier haben wollten haben wir das jetzt für 4 Euro aber es schmeckt gut ja und es schmeckt gut wir sind halt heute einfach mal so richtig das Money am Melken und am Spreaden Leute und dann gehts jetzt gleich nach Hause wir suchen noch irgendwo einen Supermarkt wo wir noch was zu kaufen kriegen ja zu kaufen kriegen und ich hoffe man kann das alles überhaupt hören ich mach mich dann später ran schneide das und versuche es sogar noch hochzuladen Prost auf euch bevor ich es vergesse Alkohol ist übrigens nicht gut schlecht fangt niemals an zu trinken ich auch gerne ich habe mich brochen ich показывare wir hast uns die haben wir unsere migrants der